Neues Rekordtief für die Commerzbank-Aktie. 4% brach der Kurs am Montagmorgen in Reaktion auf die Aktionärsversammlung vor dem Wochenende ein. Auf 1,08 Euro. Vor einigen Jahren lag der Kurs noch bei rund 35 Euro. Die Versammlung hatte am Freitagabend den Weg für eine Kapitalerhöhung freigemacht. Heißt, die Koba wird neue Aktien im Volumen von 2,5 Milliarden Euro ausgeben, um Staatshilfen zurückzubezahlen. Das verwässert den Wert der alten Aktien. Die Bank musste in der Finanzkrise vom Staat vor dem Zusammenbruch bewahrt werden, hat seitdem aber weiter schwer zu kämpfen. Am Freitag schockte die Commerzbank ihre Aktionäre mit neuen Hiobsbotschaften und dämpfte die Hoffnung auf eine schnelle Trendwende. Zum Jahresauftakt gab es aller Voraussicht nach unterm Strich rote Zahlen, weil das Institut im ersten Quartal knapp 500 Millionen Euro Kosten für den geplanten Abbau tausender Stellen verbucht hat.